ja liebe leute herzlich willkommen zurück zum dritten teil unserer talente und zwar flügelspieler und stürmer herzlich willkommen matthias die creme de la creme der offensive so ist es wir haben zwei parts hinter uns der matthias hat zwei bier intus perfekt um loszulegen das halte ich für ein gerücht aber es ist perfekt um loszulegen ja vor allem ich habe mit matthias gerade in der phase geredet das wird irgendwie von par zu part und lustiger das ist immer ein alkohol liebe kinder da draußen ist ist nichts gutes das unterstützen wir nicht aber ich habe nicht mal zwei bier trunken bis beim zweiten halte ich auch für ein gerücht wir machen weiter und das ist eine liste wo es viele spieler gibt ihr kennen werdet das sagen wir gleich mal zu beginn dazu ist auch eine relativ lange liste wir werden wahrscheinlich zu den spielern die ihr kennen werdet nicht ganz so viel sagen ein geheimtipp ein spieler der unglaublich viel potenzial haben soll ist junior winizius da haben wir ihn von flamengo wir sehen der hat einen markt von 2,4 millionen euro und real madrid hat sich den schon gesichert also vielleicht haben einige von euch das in den medien sogar mitbekommen ja zielstrebigkeit antriebig hervorragende dribbler hervorragende technik was man sich von einem brasilianer halt erwartet ja aber da kann keine weiten anrufe also nix für mich stimmt ja stimmt den running gate mal fortzusetzen antritt und beweglichkeit also klassischer flügelspieler der ist halt wirklich der klassische brasilianer auch bei den bevorzugten spielweisen fernschüsse und überlobt gerne den torhüter also der soll perfekt muss sie das rechtsfuß am besten auf der linken seite und durch diese dribbling werte kann der halt perfekt nach ihnen ziehen und abschließen mich würde es nur interessieren wie viel real gezahlt hat kann es in der zwischenzeit google freigabe klausel 30 geschätzt man das wird sie gewesen sind acht spiele vier treffer was ist das für quote für einen 16 jährigen der hat es schon drauf findet das paolo guerrero ein großartiger führungsspieler für die mannschaft ist ganz schnell und laut transfermarkt hat real oder zahlt real 45 millionen ok über dem marktwert über der klausel scheint so spannend aber so es gab schon öfter liverpool sagt ja auch über der klausel für cater oder so glaube ich kann sagen sie gegen was war da egal schauen wir einfach weiter in der liste was soll man zum papier sagen ja nix das ist der kommende also wenn ronaldo und messi in rente gehen dann ist ein papier ganz heißer anwärter auf bester spieler also der wird sich wahrscheinlich mit neymar die ballar und so weiter ausmachen also das ist auf jeden fall kommende weltklasse ja wahrscheinlich teilen sich er und neymar die nächsten ballar also aber wollen wir gar nicht zu viel zeit verlieren wir haben viele spieler die einige von euch wahrscheinlich nicht kennen werden deswegen schauen wir wirklich er weiter ich meine er ist jetzt keiner davon kai havert vielleicht kann es immer mehr zu ihm sagen mpp werdet ihr auch nicht bekommen können wahrscheinlich also ja absolut klar ja kai havertz ähnlich wie bei benjamin henrichs ja in dem verteidiger video den wir hatten super wert ist 18 wo ich schon sagen 17 aber 18 inzwischen auch jetzt seit kurzem genau stimmt ja wahnsinn ja es ist das soll ich sagen ja dass das deutsche talent für mich mit eigentlich mehr eigentlich ist er für mich mit das beste deutsche talent ja sehr schöner vorschusslobe an von dir ich glaube aber denen wird er auch gerecht also wenn man sich da die werte anschaut in echt ich will ja wird ja nur noch besser und in echt ist er auch schon leistungsträger bei dem kurs und wenn der auf dem feld ist dann strahlt der gefahr aus der kann auch auf dem flügel spielen ja und er wird nicht bei leverkusen bleiben ja bin ich gespannt wobei ich ihn sehe ich nicht in england sondern ich weiß nicht genau mit england ich glaube vielleicht spanien oder so aber der sr heißer anwärter für bayern ja ja bin ich neugierig wenn ich neugierig ein spieler den ihr wahrscheinlich auch kennen werdet ist meis kien momentan verliehen von juventus an helles verona riesentalent sieht man auch warum ist auch sicher nicht billig den zu kriegen interessant wird nur wenn der zurückkommt ob der es bei juve schafft ob den wiederverleihen keine ahnung ich glaube fast dass ihn wiederverleihen ich meine alleine die die grundfitness von 18 ist halt ja 1 83 jetzt schon ist auch super größer eine hohe grundfitness heißt ja quasi dass der ja bis ins hohe alter spielen kann ich glaube und christiano ronaldo hat ingame grundfitness von 20 ach okay das traut mir ja auch zu dass ronaldo auch mit 38 noch spielt genau stimmt so wie der fit ist also ja und meis kien der ist 17 ich glaube den wer mit den nächsten 20 jahren auf jeden fall um uns haben ja bin ich gespannt paulinio was gott und agama beziehungsweise der was nicht das war der bosser es ist der vdg naja genau das sind die kurznamen noch trinke ja genau heftig marktwert also ja schon teuer aber nicht ganz so der 16 aber schade doch mal die mentalen und physischen dinge an ja technisch brauchen nicht sagen brasilianer bis 16 heftiger ich muss wieder sorgen für mich sind die brasilianer ein bisschen überrated ja ausstiegsklausel hatte 7,7 würde ich glaube ich ziehen wenn ich geld hätte also das können sich einige fahne leisten ja persönlichkeit energisch zielstrebigkeit ist gut also wenn man ein bisschen geld übrig hat beim topverein machen oder habe ich nichts falsch den würde ich mir sofort holen für dieses geld ja ein bisschen was übrig hat und dann zurückverleihen bis 18 ist ja da muss man natürlich schauen wie es mit der dings ist mit der aufenthaltsgenehmigung gerade in england vielleicht oder so aber auf jeden fall deswegen leider noch zwei jahre zurück oder dann ist ein nationalspieler eben also genau gut cookie das war wieder klar welcher verein malaga 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 ja ich glaube da musst du meinen verein gehen es kann natürlich sein dass der im echten mit einem echten namen drin ist oder weiß ich nicht naja erste wandschaft wieder nicht sein glaube keko ne 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 19 ich nenne dich einfach johnny oder zwei gut also verlieren ok deswegen haben wir noch nicht gefunden zielstrebigkeit super wert 19 ausstiegsklausel was schätzt ich sag so 40 25 26 das wird kaufen ja holt ihn euch holt ihn euch ja hervorragende werte echt viel zu niedrig die ausstiegsklausel kann auch im offensiven mittelfall spielen ja also vor allem wenn wenn der wirklich ein paar spiele dann in der ersten liga macht oder sowas dann marktwert schießt sich ja nach oben ja erst das ist so ist halt jetzt verliehen dann müsste dann eine ein jahr warten aber dann läuft auch der vertrag aus also 2019 er der leihvertrag also nach so generell der vertrag 19 genau spannend ok das heißt da werden sie dann wahrscheinlich schon versuchen ihn zu verlängern im sommer sobald er wieder zurück ist würde ich jetzt vermuten da muss man dann halt zuschlagen denke ich auch da ist ja dann ja wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wert spannend ein spieler den ich als österreicher natürlich auch in trauriger erinnerung habe weil er in der nationalmannschaft gegen getroffen hat aber ich finde den einfach so cool also ich glaube dass der mit klopp auch den richtigen trainer hat und ja wird bei liverpool immer mehr an die erste mannschaft dran gebracht der typ ist erst 17 wahnsinn ja der ist das schon beeindruckend da ist für mich so ein kleines projekt von jürgen klopp irgendwie bei liverpool ja ich glaube auch dass das dass das ihm da voll viel dran liegt ja das glaube ich auch spannend echt spannend der wird seinen weg machen und ja gut den nächsten kennt man normalerweise ja gut schieß es da muss man jetzt nicht viel dazu sagen das ist 52 millionen marktwert das ist das was der junior vinizius jetzt dann ist das war der glaube ich jesus mal wer genau kann man so sagen ja ja und jetzt zerballert er halt die premier league zehn spiele sieben treffer super smart city als junger brasilianer so macht ja brauchen wir nicht viel dazu sagen kann man glaube ich weitergehen auch er überlaupt hat gerne torhüter stimmt ja so felice der mikro den hat mal den hat man zuschauer empfohlen okay damals eben unser multiplayer selbst als wir noch jungen italiener ausschau gehalten haben den gab es letztes jahr auch schon interessant geliehen von palermo naja so macht es halt hinterher aber die werden wahrscheinlich kaufoption haben davon gehe ich auch raus sehr niedrig sofort das ist so eine klausel die ich glaube ich so vorziehen würde da würde ich nicht mal warten ja zielstimmig kz 16 unbeschwert das flair ist im offensiven mittelfeld gut aufgehoben trittling 13 also heftig okay genau ist der flair 18 das ist für für zehner super genau das ist so attribut auf das achtet man echt wenig stimmt aber für einen zehner ist das echt die sicherheit ist als super quasi bedeutet halt ja um vorhergesehene dinge zu machen irgendwas überraschendes neu genau so so die beschreibung das muss ich auch ein bisschen mehr achten glaube ich muss mir generell einige dinge noch noch mal durchlesen von den bedeutungen kinius cipriano das müsste der sein oder der vierte san paulo gut zielstrebigkeit ist nicht sämmerlich gut hat aber hervorragende grundfitnesspersönlichkeit ich würde sagen mit der kann man leben der zielstrebigkeit ja ist nicht überragend aber kann man ein bisschen nach oben bringen noch würde mich jetzt als großer verein abschrecken genau aber als kleiner kleinerer topverein so blöd das jetzt klingen mag wahrscheinlich eher nicht es ist für mich ist für mich so ein spieler der wechselt irgendwie doch keine ahnung so zu schacht ja genau davon schaffen es dann halt zehn prozent weiter irgendwie ja genau aber da so ein spieler ist das für mich gute einschützung aber vielleicht wie gesagt wenn ihr das schwächere mannschaften habt dann vielleicht eine überlegung nächster spieler den kennen wir natürlich aus unserem safe also von dir und du bist großer fan von ihm ja immer noch in realität ist dortmund war mit dort und in verbindung genau weil er auch der ajax trainer zu dortmund ist und ja man braucht bloß schauen wer interessiert ist ja ja es ist für mich einer also hat das potenzial zum einen der besten stürmer vor allem der hatte bei dir auch schon unglaublich genetzt bei mir lange ja wobei ich sagen muss das war ein bisschen zu früh dass ich den tag geholt habe ja eigentlich in der zweiten saison den zu holen wäre schlauer gewesen aber ja absolut ein 87 auch groß und dann trotzdem so unfassbar schnell und beweglich das ist ja genial ja super echt er ist eigentlich das was der band immer sein wollte das ist gut so als ein bisschen fies wir springen von der einen meilen der mannschaft zur anderen gut den kennst du wahrscheinlich besser als ich ja die haben sie mittlerweile verliehen wieder hat nicht so wirklich funktioniert hat bei mir im safe game auch nicht wirklich funktioniert interessanterweise ich hätte mir echt mehr von ihm erwartet keine ahnung ob es also im fm finde ich ist von den werten ja dann eh noch relativ stark also da fällt mir was lustiges ein wenn man es den anschaut im fm vor zwei drei jahren ja also noch bei santos war ja war es auch so ein oberhalb der brasilianer ja inzwischen hat sich das schon ein bisschen eingependelt ja und das wird sich glaube ich noch weiter runter pendeln ich habe jetzt immer noch immer noch ein großes talent im spiel ja aber da ist in der realität ein bisschen auf dem absteigenden ost das stimmt also er muss auf jeden fall jetzt schauen dass dem benfica dieses jahr vor geliehen es funktioniert ja der muss irgendwie langsamer liefern das stimmt der ist auch schon 20 jetzt also genau die nächsten zwei drei jahre werden entscheidend sein können auch gleich zu seinem teamkollegen schauen zivkovic da wollte ich rein war der nicht auch bei ajax oder verwechsel ich denn den psw na ok dann verwechsel ich ihn fast schon den verwechselst du ja du meinst die schauer zivkovic das kann seine heftige werte 10 millionen marktwert das sind auch schon vereine dran psg und bayern also kann man glaube ich davon ausgehen dass das thema es wird aber man sieht schon was der jetzt schon für fähigkeiten hat mit 20 der geld bei party sancho als riesiges talent der serbische superstar ja der hat sich bei benfica anscheinend ja langsam durchgesetzt ich habe das nicht so verfolgt aber ja schon nicht der wird den sprung irgendwann machen und ja der ist hat super werte freikaufsklausel 60 millionen nach heftig erlischt aber 2021 haben wir gesehen gut aber ja weil sein vertrag ausläuft ok ok wir bleiben in portugal und zwar bleiben wir sogar wieder bei den fika ich gebe es jetzt aber ein da finde ich glaube ich nicht außer ich vertippe mich wieder schwau felix nächstes benfica talent deutlich jünger und dadurch natürlich auch deutlich günstiger aber was der jetzt schon mit 17 jahren für werte hat es halt auch pervers ja die portugiesen ist ich möchte nicht sagen dass die portugiesen ihre talente überbewerten weil das sind viele auch sehr gut ja wir sehen ja klassisch gute techniker ja das ist irgendwie so ein bisschen was ist auf der suche nach dem neuen ronaldo ja genau ronaldo oder quaresma oder nani das sind halt schon für hervorragende techniker in portugal das passt schon ganz gut ja bestimmt auch eine ausstiegsklausel oder gar nicht ok 219 oder vertrag ok nächster name ist ein bisschen komplizierter oder kenne ich aber interessant ich gebe pro jahrs ein und es kommen noch immer so viele spieler ich dachte dass das war es jetzt dass das nur mehr er ja michael ojasabal genau das ist quasi der griezmann nachfolger ja bei real sociedad baske also vielleicht für die interessant die auch mit bilbao spielen ja und obwohl das sehr schwer sein wird den da los zu kommen los zu bekriegen vom direkten konkurrenten 50 million ja dann könnte man darüber reden das ist wahrscheinlich mit bilbao schwer da kommt drauf an musste halt ein paar verkaufen nee also er hat tolle werte bis 20 der wird irgendwann nationalspieler werden und irgendwann wird dann der wechsel kommen zu real oder basa ja genau wollte ich auch gerade sagen darf man kann es ausgehen ja schauen wir weiter interessanterweise ist da jemand von menschen die den ich noch nie gehört habe übrigens ganz kurz bevor du es ganz eingibst er funktioniert auch gut auf dem flügel als nach innen ziehender weil er auch die gute spielweise dazu hat schwenkt vom fliegel vom fliegel vom linken flügel genau so jetzt engländer passt keller griffen treten freistöße schau endlich mal eine standard schütze ecken flanken allerdings ist bei ihm natürlich die zielstrebigkeit steht das stimmt allerdings und die bernian sind dran edinburg der hat jetzt schon gute anlagen ja also muss ich ein bisschen aus und er ist in der liste weil er jetzt schon gute anlagen hat für sein alter der wird jetzt wahrscheinlich wenn er bernian oder sowas das wird sein kragenweite sein da wird er jetzt schon stamm spielen ja in zukunft wird es sich aber schwer tun der wird wahrscheinlich nicht er wird nicht bei menschen sind heute den durchbruch schaffen das kann man glaube ich mal sagen glaube ich auch nicht allerdings aber was zumindest zumindest nach dem spiel in realität kenne ich ihn nicht ja klar oder jetzt vielleicht dann irgendwann nachjustiert das ist ja so und so ich meine wenn ihr das video jetzt in einer halben in einem halben jahr sieht wo dann transferphase war wo viele auf- und abwertungen gegeben hat da kann sich natürlich viel geändert haben das ist sollte man vielleicht auch mal erwähnen interessant finde ich ja auch hier dass beim mannschaftsgefüge hier steht erhofft mittels einer ausleiherfahrung als stadtspieler zu bekommen naja stimmt das heißt vielleicht wird in der ersten saison als leihspieler zu haben vielleicht für englische zwei drittligisten auf der leihliste ist und ich nehme an ja genau ja wahrscheinlich wird den land wohl ja also ich habe auch kaum dass sie den jetzt verkaufen würden oder ja auch nicht so günstig okay ab ab nach rumänien ja mal wieder was anderes der ist nämlich auch richtig gut kannte ich persönlich auch nicht hat aber jetzt schon hervorragende werte für 19 jährigen wahnsinn ist jetzt gerade erst zu der gewechselt ok hashtag interessante fähigkeiten absolut ja 182 stürmer größe super größe ist schnell abschluss 13 weitschüsse 13 ist auch ganz nett freistöße kann es ist also wenn jemanden stürmer sucht dann sucht er ab da 475.000 marktwert der wird nicht viel kosten also ich glaube den kriegt man unter zehn millionen wenn er kokst könnte der nächste adrian mutu werden will ich nur sagen die anlagen sind da das höchste muss er noch üben aber die anlagen sind da ich habe adrian mutu als spieler immer gefeiert ich mochte ich auch total ich habe sogar mutu trikot also ich leider nicht aber ich mochte den ja also ich habe in florenz habe ich ihn live sind bei der partie und da hat auch getroffen was ich mich was ich mir noch erinnern kann oder was er rückspiel dann ich bin mir nicht ganz sicher der war ja auch genialer freistoßschützer was ich total cool fand vielleicht haben wir hier den neuen adrian mutu schauen wir mal wie gesagt koksen das ist eine verborgene fähigkeit oder steht deswegen schätze ich sehe gerade hat aber muskelfaser das gerade aber nicht so schlimm datenanalyst ja das ist aber nicht doch ja okay das ist aber geil das könnte er aber er macht das er könnte er könnte noch als scout arbeiten dass wir noch beschissener will er aber nicht adrian mutu dass das macht koks mit euch leute finger weg von drogen sein vertrag kann schon kurz an da ist die 100 millionen freigabe klausel also das ist auch so habe ich groß deswegen für einen rumänischen verein finde ich das irgendwie ganz lustig ja es ist echt amüsant eigentlich ja also wenn das irgend keine ahnung psg oder oder in der spanische verein rein tut sage ich okay naja es wird aber keiner zahlen ich glaube dass der irgendwann auf die barrikaden gehen wird um endlich wechseln zu können ja und dann geht er für fünf bis zehn wahrscheinlich hat er hat langen vertrag aber da hat er sich echt übers ohren haben lassen allerdings bei dem vertrag aber okay wird der berater ganz gut verdient haben wahrscheinlich so ja du hast das gleiche gedacht wie ich aber sagt nichts wie spricht man denn aus der 15 will im gold ist geübers ich sage gold ist er passt sprich mal geübers aus 15 genau er verdient 65 euro die woche also den kann man super nehmen um zu hause den rasen mähen zu lassen oder sonst irgendwas leon jugendvertrag hatte aber für 65 euro den rasen ich habe nicht mal den rasen das ist noch vorbei ich sag's dir ich habe nicht mal den rasen du bist voll schnell fertig philipp der ist 2001 geboren du bist alt alter 2001 da habe ich ja ein drittes mein drittes fifa und meinen dritten fußballmanager gespielt der hat verrückte fähigkeiten für den 15 jährigen schon irgendwie mental auch stark unglaublich der zielstrebigkeit 13 ist gut ich mag der 350.000 den wird man aber noch gar nicht kaufen können oder erst am 16 wird in kürze 16 dadurch natürlich auch keine ausstiegsklauseln der jugendvertrag also wäre interessant wie sie jetzt mit dem jugendvertrag ist wie viel man da jetzt wirklich ausbildungs entschädigung zahlt wonach wird die berechnet weißt du dass ich weiß woraufs in der realität berechnet wird aber im spiel weiß er noch so sein also in realität kommt es immer darauf an wie lange bei dem verein war ein jahr ja gut es wird wahrscheinlich länger gewesen sein aber im fm wird immer erst dargestellt ab dass ich natürlich im jahr ja weil davor ist eigentlich nicht erlaubt der ist auch nur drin also 15 jährige werden nur erlaubt erstellt mit sonder erlaubnis ist ja okay und auf antrag also das heißt irgendwer muss beantragt haben dass der erstellt wird ist ja geil ja kommt also es ist schon vollkommen dass das von spielern selbst kommt ja kann mir vorstellen wenn ich fm zocker wäre mit 15 oder so würde ich das auch geil finden ich werde auch mal einen antrag stellen also er schaut aber auch nicht aus wie 15 ehrlich gesagt 185 mit 15 so ein bisschen lukaku mäßig ganz ehrlich ich habe fast lust jetzt zu google google da weil ich schaue da weil dem nächsten an braucht man nicht viel dazu sagen dem wähle ja gut kannst du alleine machen will ich nicht belegen ja was hat denn für 105 millionen gekauft hat sich sofort verletzt jetzt ist es irgendwie eine riesen wundertüte potenzial hat er glaube ich dass das hat man gesehen das hat man bei rennen gesehen aber jetzt eben aber dortmund also war es auch ein bisschen unterzug zwang so einen neuen star zu holen nachdem es nema nachdem sie nema abgegeben haben und sie hat natürlich auch das geld also das konnte dortmund ausnutzen was soll man sagen ich glaube schon dass der im spiel extrem stark wird ich glaube dass das eher in echt interessant wird wie wie gut er sich durchsetzen wird ich glaube schon dass der seinen weg machen wird sagst du ich stimme zu ja und jetzt kurze rückmeldung zu goebbels 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 ja der ist 1 85 der ist riesig weiter und angeblich sind die bayern an ihm dran und weiter gut dankeschön dann haben wir nur ich von ajax ja ich weiß jetzt soll mir jetzt nicht so viel sagen dazu eigentlich traurige sache gewesen ja testspiel gegen bremen war es glaube ich genau das ist ja zusammengebrochen und ja war lang weg also lang im koma liegen glaube ich oder genau ja und wird sich auch nicht mehr erholen oder ja also ich habe jetzt nichts anderes mehr gehört deswegen vielleicht ja im spiel ist und er ist war klasse fußballer sieht man die fähigkeiten ja unfassbar schade auf jeden fall aber vielleicht sollte man es einfach so als erinnerung oder würdigung ist es eh nicht so schlecht wenn man drin haben in der liste aber das soll man rausnehmen nee ich meine er ist ja im spiel ja ich ist ja das ist ja schön ist ja schön wenn das stimmt ja hälfte zur weltkriege verhälfte ihm zur weltkriege das wäre schön das wäre echt schön ok weiter reden wir selber nicht zu viel über ihn schauen wir mal weiter du hast extra paar namen auf die liste geschrieben damit ich sie nicht schreiben kann oder so ist es und aussprechen amin wir sind beduchen er 17 query 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 genau er ist 17 wieder leon leon hat unfassbare jugendarbeit würde mich total freuen millions wieder ein bisschen weiter nach oben packt ehrlich gesagt ich mag den verein einfach gern mich nicht als marseille-fan ich würde mir wünschen dass marseille die jugendarbeit von leon hat ja was soll man sagen super anlagen ist jetzt nicht das mega talent das vielleicht weltstar wird aber der wird schon ein richtig guter oder ja ich mir fällt gerade so ein vergleich ein leon entwickelt sich für mich immer mehr so zu leverkusen von frankreich nach so junge talente die dann weg sind ja schafft uns nicht an die spitze weil da paris rum schwirrt ja und kriegen dann aber einen hafen gute talente wie leverkusen auch hat man jetzt auch schon zwei genauer dieser netter vergleich das stimmt ja diese dann für ein hafen geld verschärfen können ja ja schon mal ob der ausstiegsklausel hat hat er nicht wir schauen weiter in frankreich und zwar ist das das zweite talent von toulouse den torwart hat mal davon dann auch einen 15 jährigen ja sehen wir auch also zielstrebigkeit und persönlichkeit darauf schon immer sehen aber auch dass der technisch ballernahme und tripling sehr gut ist abschluss ballernahme und tripling also da sind da ist schon was da der ist 15 da muss man natürlich arbeiten anpassen technik vielleicht reitschuss gut kopfball ist es vielleicht bei 1 2 70 ein bisschen zu vernachlässigen das kann man ignorieren ja aber auch ohne ball stellung spielern solche sachen kommen natürlich auch super stürmer der flair super stellung spielt jetzt nicht unbedingt aber schnell ja viel potenzial auf jeden fall da und jugendvertrag also dementsprechend könnte das da auch probieren den relativ günstig zu kriegen kann sein vielleicht mit der entschädigung keine ahnung genau muss man probieren ja ein extrem cooler spieler weil ich es einfach cool finde dass da ein kieser wieder im profi fußball ist das ist sogar der sohn von der legende legende oder ich weiß nicht immer mal aber der vater oder jedoch mal auf dem format info info dinks übersicht ja da ist stets ja war ein genialer stürmer in italien was macht er jetzt eigentlich das ist nicht früher sagt klickst zu schnell was ist den strainer bei nirgendwo nirgendwo okay gut zu wissen ja der war während die nach erinnerung da war war dann sturm duo mit batist tuta oder war batist tuta 99 schon weg oder vielleicht du mich sachen weiß gar nicht egal was damals war ich auch nicht so alt ja vereine interessiert da werden wir große namen sehen so ist es also da hört man auch in echt immer wieder gerüchte aber der hat richtig viel potenzial ja den kriegst du auch nur wenn du ein großer verein bist ja also der hat de facto eigentlich keine schwachstellen kann man sagen oder weil weiter einwürfeldeckung ja mein täglich braucht er jetzt nicht unbedingt genau kann also auf beiden flügeln spielen ist aber auch ein stürmer zu gebrauchen auf der 10 kann das sicher auch wenn man ihn eingewöhnt darauf ordentlicher spieler mehr als ordentlich so wir gehen nach argentinien und der name klingt schon mal richtig argentinisch was man da ein tipps blind schreiben ein bisschen verrutscht ist geil wer hat schon zwei bier getrunken river plate aber reserve 17 jahre jung und hat mit 17 so einen marktwert auch nicht schlecht ich werde dass der saftige ausstiegsglasen hat und oder gar keine was er aber weil er einen jugendvertrag hat ja ja werte sind toll sie stehlichkeit 12 persönlichkeit ist jetzt nicht optimal aber kann man damit arbeiten sage ich mal ja so ja aber persönlichkeit selber verbessert sich nie oder ich glaube nicht dass sich die ändert ja aber schon ist es ist halt ein bisschen klein für kopfballtechnik 14 ist der klein das ist der größte stärke ja auch komisch eigentlich musste flach flanken aber wurscht ist auch komisch ja ein bisschen ne wurscht genau wenn ihr mit rollhäuser super rollhäuser das passt voll gut zu seiner größe gut der ramadan den kennt man vielleicht 14 millionen zielstrebigkeit 19 antriebig versucht auf tödliche pässe ja das ist irgendwie die ägypter kommen nach england ja das sind einige unterwegs die wirklich was drauf haben und hammer fähigkeiten mental der körper auf jeden fall dazu und sie strebigkeit 19 ist krass ja also der wird sich sicher unglaublich entwickeln vertragsinfo auch keine klausel ok mach schon ja also nicht spannend ist es dann wird irgendwann werden die großen freunde dazu schlug ja da wird jetzt wenn der noch ein vielleicht sogar zwei gute jahre bestock macht aber der nächstes jahr weg sein wenn der gutes jahr macht gut den nächsten kennst du ja dann habe ich bei milan gehabt ich weiß nicht so ganz was ich zu ihm sagen soll hast du ihn jetzt bei herren wehen mitverfolgt jetzt wo er verliehen ist am anfang ganz gut ja da hat er überzeugt und dann waren wieder alle voll des lobens und dann ist das irgendwie abgeflacht und jetzt das spiel da habe ich nicht mal mehr stammen herrn gehen soweit ich informiert bin oder geht einmal kurz auf chronik genau das ist ein zweites jahr bei herren wehen im ersten jahr 14 einsätze wobei er da glaube ich erst im winter hin ist oder ja ich glaube auch genau ja aber naja gut dann hat er ich sag mal die haben wahrscheinlich als 17 spiele oder so nach 14 von 17 macht ein paar mal eingewechselt okay also ja ja ich glaube dass sich der mfm besser entwickeln wird als im echten leben ist so gefühls sache ehrlich gesagt ja das ich muss eigentlich wirklich fast ich will fast sagen das tut mir fast leid leid ja wobei ich meine er selber schuld also den schritt gemacht hat aber andererseits ich glaube jeder in der situation gemacht oder ja ich weiß nicht ich meine du bist dort in norwegen und dann erstellt euch mal vor du bist in norwegen überzeugt da ja eben ich meine du bist in norwegen bei strom gott set das ist jetzt auch nicht ja dass sie auf der real madrid an und die werden natürlich nicht unbedingt gesagt haben ja schauen wir mal du bist zu uns kommen und wahrscheinlich keine rolle spielen oder sonst irgendwas sondern die werden ihnen natürlich alles mögliche versprochen haben die werden wahrscheinlich nur gesagt haben die werden einfach nur angeklopft haben und dann hat es geheißen real madrid ist dran und dann kriegt man große augen ist schon klar ja sicher ja ich weiß nicht also talent ist er keine ahnung also ich glaube auch nicht und das wäre für mich so ein kandidat der zweimal verliehen wird dann von real an irgendwen verkauft und dort schafft er dann den durchbruch beim schwächeren muss aber man muss jetzt aber auch sagen er ist erst 18 ja klar darf man nicht vernachlässigen ist halt echt noch fast ein kind der kann in holland sich immer noch super entwickeln der hat noch zwei jahre zeit drei jahre zeit ja vertrag hat er auch ewig ja 22 jörg gut naja freikall klasse ist halt 12 12 25 bei real was ich arg finde ich stelle davor der entwickelt sich wirklich gut ja sagte jeder jeder vereine der englischen naja oder sonst wo immer im manuel viniato kiewo da hatten wir auch schon menge super zielstrebigkeit profession relativ professionell wir sehen dass da schon einiges an werten vorhanden ist obwohl der ist 16 ist flair 17 hat auch schon zweimal gespielt für kiewo heftig ja mit 16 also italien kommt einiges nach sehen wir an der liste zum glück ich mag die italiener eigentlich ja das sehen wir gleich was da alles dran ist der wird seinen weg auch machen im fm glaube ich ja gerade mit 16 echt stark rodrigo vom fc santos also santos bringt ja kontinuierlich stars raus oder potenzielle stars ja zielstrebigkeit schreckt mich gleich mal ab ja das ist immer so bei den brasilianern ja entweder sind sie absolut top und dann kriegst du es nicht weil bc dran ist oder die haben halt mehr zielstrebigkeit die er mit meiner zu vergleichen ist ja genau mit dir als fußballkuchen aber es ist auch so geil wenn du es wenn du so schaust dass die jetzt einfach mit 16 mit 17 mit 18 teilweise einfach schon so die geilen technischen fähigkeiten haben und da scheitert es wirklich am mentalen ja aber es finde ich eigentlich ein bisschen realistisch weil jeder hat halt so die einstellung dass er das im profi geschäft ganz weit bringt genau ja genau gut aber kann man sich merken vor allem eben 32.000 inländische vereine 1,3 aber der ist trotzdem nicht so teuer also ich sage jetzt auch keine ahnung wenn ihr wirklich ein zwei millionen übrig gehabt am transfer also am ende der transferphase sowas könnt ihr immer machen da könnt ihr nicht viel verlieren wobei ich jetzt sagen muss für flügel ist mit der flanken fast ein bisschen zu schlecht ich mein gut der 16 aber ich würde ihn auch eher als stürmer sehen muss ich sagen also als hängende spitze oder so ich mein sein teamwork ist jetzt auch nicht so gut ja also er kann passen aber er möchte es nicht ist genau ist halt für mich ist er so der dribbler und jetzt nicht so der passgeber ja ja okay aber wie gesagt günstiger 1 1 der günstigeren talent auf jeden fall da drin in der liste und ja andere horta den hatten wir letztes jahr auch schon bei den talenten dabei ja so was kann man zu ihm sagen ja es verliehen gerade von dem fika an prager genau aber wir sehen hervorragende werte was ich halt also ich mein brager ist ja wahrscheinlich der vierst stärkste für einen portugal wie ja kann man sagen glaube ich ja und benfica leid hat dort seine talente hin ja sicher man dort ist es perfekt weil du musst eigentlich wenn es das so überlegst der hat dort nicht den druck aber du gewinnst trotzdem gegen drei viertel der liga oder bis zumindest gegen drei viertel der liga favorit fast kann man sagen ja und anscheinend hat halt beim fika auch keine angst davor dann irgendwie gegen brager schwierigkeiten zu kriegen oder darf nicht gegen sie auflaufen also mental also so meinst du ja mental ist es super technisch auch barrename 15 passen 16 also leute ist für mich aber eher zentraler mittelfeldspieler würde ich auch sagen wobei frankenwert nicht schlecht ist schnell ist auch naja gut du kannst natürlich auch die zehn stellen also ja ich spiele meistens ohne zähne deswegen klausel 45 millionen ist schon eine realistische klausel glaube ich befürchte ich hatte das sind ja auch also da gibt es ja nicht auch die klassen genau wie tinio wir sind wieder in brasilien das müsste der sein 17 jahre sehr günstiger marktwert dann natürlich aber da haben wir mal ein gegenteil in brasilien dafür sind seine werte ist nicht so übertrieben das ist das was ich liebe aber das ist jetzt nicht das ist wenn du wenn du siehst okay da ist absolut in ordnung und dann siehst du das und was kaufen ja also kann es nicht viel falsch machen der hat zwar mental ein paar schwächen muss ich sagen aber an sowas kann es mit mentoren super arbeiten ja manche sachen lassen sich gut steigern weil es jetzt nicht so ein desaster also so stellungsspiel ist halt echt mies aber ja stellungsspiel ist echt nicht das stimmt ja ansonsten abschluss 13 für 17 jahre ist es 6,5 millionen aber nur für inland soll ich jetzt ja der dürfte aber nicht die welt kosten na den kriegst du mal günstiger auch 24.000 marktwert allerdings wirst du wieder warten müssen bis 18 naja genau deswegen kauft euch die jungs und verleiht sie zurück so ist es dazu natürlich ganz wichtig wenn die generell aus der suche nach solchen talenten seit macht brasilien argentinien und so weiter einfach an damit das simuliert wird genau das ist auch ganz wichtig also vielleicht sollte man das generell erwähnen es ist zwar ein bisschen blöd das schon gegen ende des dritten parts zu sagen aber ja solche liegen sollte die unbedingt an machen wenn es für euren pc kein problem ist oder so weil das einfach super scouten kann kroatien bei diesem safe jetzt sind jetzt alle liegen aktiviert die standardmäßig im fm dabei sind und 145.000 spieler geladen das heißt zum spielen ist es ist dieses safe game wahrscheinlich eher nicht so der burner aber wer ist jetzt wer es mir zu langsam genau also aber das der matthias hat das netterweise gestartet und mir jetzt dann vor der aufnahme geschickt es ist halt jetzt echt so deswegen haben wir auch alle fähigkeiten aufgedeckt normalerweise sollte die die spieler natürlich scouten aber um es herzuzeigen ist das heute echt super so und ich glaube wir hatten auch in den letzten jahren talent in den talent video haben wir talent videos gemacht ja ich habe eins gemacht glaube ich habe die top elf gemacht glaube ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher aber einige talente wollten wir haben wir glaube ich in den let's place gesucht und nicht gefunden weil einfach die liegen nicht aktiviert sind und das ist echt schade ja und gerade brasilien muss an sein das ist einfach so eine fußball welt nation wo so viele talente immer nachkommen ja gut wir gehen trotzdem weg von brasilien nach rom zum mirko das mikro hast an oder ja wieso weil es das oben rein schreibt ja mir kann so dass immer gleich mal zielstrebigkeit da geht immer der erste blick hin bei mir bei jungen spielern aber der ist weg von den fähigkeiten ja schon in ordnung gleiches spiel wie vorhin bei dem jungen mann von manchester genau ja kann man so sagen der reihe jetzt die zielstrebigkeit da das vierfache ist oder ja aber er hat jetzt schon tolle fähigkeiten die verliehen hat ja klar wird auf jeden fall verliehen ja da sind auch für eine dran also ja wird bestimmt seinen weg machen also ich weiß nicht ob für ganz große reicht dadurch dafür sind werte wie die persönlichkeit und zielstrebigkeit fast aber richtig wird das solide serie aus spieler ist für mich so einer kannst du vielleicht auch ins nationale team schaffen vielleicht kein leistungsträger aber schauen wir mal das natürlich schon sehr weit gesponnen vertrag läuft aus ja ich schreibe es dabei jetzt mal auf ich weiß nicht spanier sind wir natürlich lieber für mallorca außerdem wird er zu stark seiner oberst ja wir gehen interessanterweise wieder zu benfica oder ist der doppelt da drin jeder ist nicht doppelt und schuau kavalio hatten wir noch nicht okay wir hatten schuau felix oder so heftig wieder benfica also bei benfica könnt ihr euch wirklich was aufbauen heftig heftig ja der anscheinend verliehen vittoria setubal 15 spieler ein treffer er ist halt jetzt schon 20 aber die fähigkeiten sind gut und ja für 20 750.000 kommt mir da nur wenig vor ja stimmt aber da wird eine riesige ausstiegslausel haben schätze ich ja die sind alle per lei an ihm dran oder hat gar keine okay dass ich schon wieder verwettet zwei bier nicht schlecht nicht schlecht wieder schalke ja gut kennst du ihn ich kenne gar nicht er kam von nord doch ich kenne den vom aussehen her glaube ich er kam von nord ich habe ja letztes jahr ein safe mit nord da hattest du ihn da hatte ich ihn wie war denn der war super als zehner ist dann bei mir für 35 millionen zu irgendwo nach england okay ich glaube dass ausmeldet was ausmeldet oder so werden eigentlich als franzose amerikaner ja er hat auch super flair 16 starke werte übersicht super dribbling 15 technik 16 und wieder schalker mittelfeld dass das mittelfeld von schalke da wenn es das schafft das zusammenzuhalten also zwei drei jahre also mit bayern hat schalke für mich das beste mittelfeld in der ganzen bundesliga besser als dortmund vom potenzial her meinst du jetzt oder jetzt schon naja vom potenzial her ja wirklich heftig sollte man sich auf jeden fall merken also ich gerade weil ich ihn nämlich kennen die meisten werden wahrscheinlich kennen und er hat sich ja kurz kurz zuvor noch für marco entschieden und gegen frankreich das weiß ich noch okay weil der hat nämlich hier unten sieht was auch bei seinen main steine und rechts also da ja ja da hat er mit der französischen 19 europameisterschaft gewonnen naja ok und dann hat er sich für marco entschieden genau interessant danke für das background wissen ist vielleicht wichtig wenn man da wurde dürfen französischen pass haben von daher ist das egal ja stimmt also nicht die europäische ausländer ja genau das wäre es mir jetzt dann kommen ja aber jeder ist ja dann klar wir haben als nächsten spieler deiner namens vetter du hast auch wagers im nachmachen richtig wir sehen auch ein bisschen die ähnlichkeit ja schon aus wie ich und von den werten ja eigentlich auch relativ ähnlich also du hast ziemlich viel flair jetzt bist nicht ganz so konzentriert ja ich bin alex ein bisschen größer als er ja das gute 10 10 cm und wieg aber auch ein bisschen mehr als er ja was soll man sagen sehr sehr starke fähigkeiten 2,2 millionen marktwert in argentinien aktiv ja muss ich sagen argentinien sind wir diesen wir auch ein bisschen unter repräsentiert also sind es jetzt vergleich mit der anzahl an brasilianern die wir da hatten ja und auch die werte dann ja immer gut das sind schon starke werte ja klar also er ist für mich ist er der beste argentinier aus das argentinische talent dass man sich holen sollte schon 20 jetzt muss ich da noch kurz an das skype bild ist davor 21 einsätze vier tore ok ausstiegsklausel 6 millionen aber die argentiner kommen wir später bei den stürmer noch mal sehe ich gerade also mehr hat nichts sagt ok stimmt stimmt 6 millionen ok 33 kommen wir euch noch 6 millionen ist echt verhältnismäßig jetzt niedriger für den marktwert ja erst 20 wie könnt ihr euch holen 6 millionen ist nix ist es glaube ich echt wert und sehen nach england holst hat er dann eh einfach klein viel höheren marktwert also hast damit dann wahrscheinlich schon wieder herrin interessant ok dann gehen wir jetzt zu den stürmern nachdem wir jetzt eigentlich schon viele hatten die stürmer spielen können wir fangen an mit einem spieler den ich aus dem let's play mit inter noch gekannt habe und zwar ist das pinamonte andrea pinamonte sehr interessanter spieler der ja man sieht sehr gute abschlusswerte hat physisch sehr stark ist ich glaube das könnte wirklich einer der nächsten großen italienischen stürmer werden mit dem nächsten dann der von deinem verein kommt also von milan also ich da muss man gar nicht viel dazu sagen du kannst glaube ich den nächsten auch schon angeben ja und weil er passt gut dazu ja sehr gut dazu passt das ist wird für mich die nächste große italienische stürmerriege sei wie früher damals mit jerry und wenn man alles hat jetzt sagen ja genau die ganzen leute dann wird es halt jetzt in zukunft mit kudrone pinamonte jetzt kommt dann auch noch einer genau sollen wir den auch gleich anschauen eine zwei sind sogar noch von inter ich meine es schaut euch die abschlusswerte an das ist ja in dem alter der nächste auch gleich hier hat auch jetzt hat auch jetzt ganz gut funktioniert im echten leben ja also belege ist der nächste also wenn ihr in mohamin pietro also wenn ihr in italien aktiv seid solltet ihr euch diese namen auf jeden fall merken 16 jähriger mit sieben millionen marktwerts das sagt glaube ich schon einiges aus wir sehen super zielstrebigkeit sehr gute persönlichkeit super mentale werte jetzt schon abschluss von 14 muss man kaufen 191 mit 16 drei profi einsatz für genua ein tor keine ausstiegsklausel ich meine ja dann kann man gleich den nächsten noch hinterher hauen wer gar nie von inter mailland so ist das wieder italiener da sehen wir halt schon weniger potenzial also mental schwächer der ist noch nicht so weit genau aber es sind da hat man ein bisschen arbeit vor sich allerdings gut der wird nicht an einen pinamonte dann kommen genau das stimmt aber in italien kommen stürmer noch das ist so ist es wir haben sogar noch einen drin in der liste müssen wir schauen ja der ist auch italiener den kenne ich auch noch aus dem safe merola 17 jahre jung also ja stimmt bei inter tut sich einiges wie lange haben wir noch einen drin wo sie sind da den habe ich kenne ich noch aus meinem self also aus meiner mannschaft ja zielstrebigkeit ligolo ist jetzt nicht das größte talent ist mental schon ganz gut abschluss kann man arbeiten dran gut hat jetzt nicht die beste zielstrebigkeit er für kleinere vereine soll jetzt mal ja allerdings ich meine bei 17 das kann sich viel in beide richtungen von der entwicklung her tun aber aber ich sage jetzt mal so also pinamonte codrone pelé gri das sind so die namen die man sich merken sollte genau ja wir haben einen deutschen in der liste ja einen spieler den ich sehr sehr gerne mag seiten meiner werder safe ihn und seinem bruder also jetzt sind wir bei johannes eggestein ja was soll man sagen grandioses talent oder ja grandioses talent wird was aus ihm aus dem wird was wenn er noch ein bisschen bei bremen bleibt ja wird ihm für die entwicklung auf jeden fall gut haben einen den ich jetzt da nicht in der liste habe aber der da vielleicht auch gut dazu passt zu der thematik mit deutschen stürmen ja sandro wagner nein aber der will ja zu bayern übrigens ja der ist fiete arp da haben wir ja dann haben bei fifa einige vorgeschlagen der war der erste torschütze mit baujahr 2000 oder in der bundesliga kommt gut sein ich glaube das habe ich dann gelesen war ja nicht so lange her ja genau zwei wochen glaube ich heftig heftig ja ich glaube den habe ich habe ich den vergessen ja den haben wir vergessen den müssen wir noch reintun unbedingt also ja auch in deutschland kommen stürmer nach also nicht nur in italien ja es wird jetzt schon oft gefordert dass bayern ihn holen soll und ihnen dann noch mal zwei drei jahre an hamburg zurück verleiht ja ja ist glaube ich realistisch muss man es aber ich finde das immer schwierig ich egal ein anderes thema aber ja er hat auch im fm schon super werte 14 energisch 15 abschluss also da freue ich mich schon irgendwie stürmer größer ich freue mich da in fünf jahren schon auf die nationalmannschafts duelle mit italien ja stimmt offensiv geht es da sicher zu sagen wahrscheinlich packen dann beide mannschaften wieder das 442 aus so wie früher halt da ist es damals jährige gegen keine ahnung bierhoff und klose oder keine ahnung was klose kirsten kirsten gerne klose war später stimmt aber egal ja ruy pedro fc porto wieder mal ab nach portugal das ist der bei boah vista der ist verliehen bei den habe ich mir schon angeschaut geliehen vom fc porto super fähigkeiten physisch ganz stark mental wenig schwächen technisch wenig schwächen ja unfassbar was in portugal rum läuft so wird jetzt vielleicht auch nicht der ganz große star werden aber der wird schon relativ stark sagen muss man so keine ausstiegsklausel ja wenn der sich jetzt bei boah vista gut macht das natürlich perfekt ja sehr interessant ok der nächste ist halt darf ich einen blöden witz bringen ja ist der burner der ist der nächste ist wirklich der volle burner das ist mir vor dem joke so sorry aber das ist aber falsche übrigens der ist trotzdem der ist trotzdem ein brenner und stürmer ja stimmt das wird es mehrere brenner es gibt mehrere brenner ok tschuldigung gibt bloß gibt bloß ein da ist immer stau ja den habe ich gemeint genau der 17 nett hat der zielstätigkeit von 10 brauchbar ja es war nur ausgeglichen aber der hat schon gute ansätze also abschluss 13 brenner kann kann man damit arbeiten ja soll ich nachschauen aber wir sagen na ja 50 millionen ausländische hast du schon mal in brasilien ein safe game spielt ja santos in der serie c mit machen was ich noch mal red bull brasil mit medizin ok gut ich glaube jetzt mit saukaltano oder so ok jack 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 isaac werden die meisten von euch natürlich auch kennen ist jetzt auch nicht der geheimtipp kann man sagen also dann könnte man aber gigantische quote für dieses alter 24 treffer 24 spiele 10 treffer in schweden was soll man sagen kann die aus ich bin echt gespannt wie sich der entwickelt ich freue mich da wirklich drauf ich bin auch sehr gespannt ich meine super größe ist aber trotzdem triple stark ist beweglich ich habe nicht der abschlusswert bin ich echt gespannt da brauchen wir glaube ich gar nicht so viel zu sagen wir gehen wie soll es anders sein wieder zu benfica aber bleiben trotzdem in der bundesliga das wusste ich nicht der ist verliehen von bimfica an die eintracht das wusste ich gar nicht cool kenne ich gar nicht okay eine ein leihgeschäft das ist unglaublich feier für eintracht fans also da freue ich mich richtig für die eintracht fans eigentlich ja dass die sohn spieler als leihgabe bekommen haben also ich kann es jetzt nur von den werten her einschätzen aber das schaut heftig aus ja also der ist quasi ähnlich wie die ähnlich wie hier zivkovic stimme ja auch schon hatten heute auch bei bimfica übrigens auch serbe auch serbe er kommt allerdings nicht vom partisan sondern von roter stern von daher weiß ich ob sie sich so gut verstehen das ist der gleiche verein oder von wem warst du noch mal fan gk ja ja genau wie geht's kräuter führt eigentlich gut ja unbedingt und gerade vergeht nicht ja abschluss super baller name super ich meine wie macht er sich in echt jetzt bei der eintracht weiß ich ehrlich gesagt gar nicht er hat noch nicht so viel gespielt okay ich kann es aber gar nicht sagen ich habe die haben mich für zwei jährige linnstädter kann gut sein okay da bin ich echt neugierig 45 millionen klausel hat er will ernst dafür von acht millionen ja stimmt muss fast nehmen wenn wenn er sich gut entwickelte wenn du als eintracht acht millionen hast dann nimmst du ja wer weiß vielleicht haben sie irgendwann verkaufer mal oder so keine ahnung müssen sie halt ihren halle verkaufen oder an der oder wie er heißt ja oder man ja oder man nimmt keine ahnung von der bank acht millionen verkauft ihn dann um 30 wenn er sich gut entwickelt aber jovic kam halt auch auf die flügel ansetzen das ist ja das schöne schön vielseitiger ja auch wenn sie flanken jetzt nicht unbedingt überragend sind ja aber kann er noch sie nach ihnen eben sieht ja ihn nach ihnen und hat einen guten abschluss und weitschlüsse sind einwand nicht schlecht okay dann haben wir einen der war ganz sicher letztes jahr dabei maximiliano romero wunderschöner name noch immer bei will es anscheinend da habe ich schlechte erinnerungen an unseren multiplayer selbst letzten tag der transferphase verliere ich backer an chelsea und wehen habe ich aus der welt zu kommen maximiliano romero ja und da steht da transfer akzeptieren und dann hieß es sie haben zu viele ausländer oder da dürfte mal bloß drei verpflichten drei nicht eu spieler ja ja irgend sowas was kann ja ja deswegen konnte ich ihn nicht holen sonst hättest du den schon erlebt ja stattdessen hast du dolberg erlebt da nicht schlecht ja ich glaube er hätte es nicht viel besser machen können als dolberg ja stark richtig stark bin gespannt also vor allem mit 18 da ist noch so viel potenzial drin sporting würde ich für so einen spieler wieder einen coolen schritt finden stimmt ja also ich bin echt fan davon wenn ich so dass diesen zwischenschritt über holland oder über eben frank frankreich ja eventuell noch beziehungsweise portugal oder sowas machen ich meine ich finde ich mag dem der gesagt ich wollte letztes jahr schon im fm 17 immer verpflichten super mental physisch monster also ja heftig wirklich interessanter und sachen muss ich merken wie wir gesagt haben im mittelfeld spieler waren die brasilianer ziemlich dominant dafür haben wir jetzt gleich wieder den nächsten argentinier naja ja die packen die batistutas ausgültige juniors oder die bei uns ballernahme 16 er kann zwar nichts mit dem ball machen aber annehmen kann ein super also man sieht eigentlich dass es durchschnittlich echt brauchbare werte sind für einen 16 jährigen schon also er hat nicht viele schwachstellen das ist einfach das interessante passend sehen flanken zehn abschluss elf zielstrebigkeit ist 13 und er ist relativ fair was in ordnung ist ja nicht kein kommender weltstar aber ein ordentlicher spieler du wenn sich der gut entwickelt dann ist da einiges drin ja ausstiegsklausel leider den jugendvertrag 30 euro die woche könnte man auch relativ günstig bekommen keine ahnung wie gesagt jugend jugendvertrag wie das dann genau abläuft also wie viel man da zahlen müsste aber wird es auf jeden fall wert sein sage ich ganz ehrlich das sieht man dann nirgends geht das ist echt schade ok gut dann wo sehen wir da sind wir das heißt wir gehen wieder nach deutschland kannst du mir vielleicht weiterhelfen kenne ich auch nicht da war ich in mir relativ überrascht hatte ich überhaupt nicht am schirm der zugreifen wie gesagt kam aus belgien von ostende gute quote ja gute quote aber ich habe vorher noch nicht viel von dem gehört muss man so mich wundert es auch dass die werte so stark sind zehn millionen ja ehrlich gesagt ich meine ich kenne jetzt nicht drauf für belgien also er werden jetzt aber auch bei wolfsburg noch nicht so wahnsinnig viel aufgefallen ich google den mal kurz also für mich kommt ja so bisschen aus dem nix vor allem heftig dass die zehn millionen gezahlt haben oder ja also ich habe man schon gehört da sind auch englische vereine dran und so weiter und dann hieß es ja ähnlich wie ding hier divok origi der jetzt auch in deutschland ist 8 auf wolfsburg acht einsätze kein treffer bisher ja sagt ja das ist mir irgendwie noch nicht groß aufgefallen exakt und brosburg hat jetzt ja divok origi wo ich halt finde dass das ja sehr ähnliche spieler typen sind irgendwie kann sein ja klar also ich sage die werte sind echt physisch ist es echt heftig ja da ist es ist aber auch ein grafpaket ja trotzdem dass die werte so hoch sind hatte ich jetzt nicht gedacht also im fm wird das sicher ordentlich aufgehen im fm wird das sicherlich ordentlich der zielstrebigkeit und persönlichkeit und der basis also da muss man abworten ich hab gesagt ja gut ich kann leider nicht viel sagen zu ihm passt passt die wert ist gut ja schauen wir weiter wir haben jetzt wieder einen argentinien aber zumindest jemanden aus argentinien ist auch argentinien ja der ist schon relativ weit von den fähigkeiten ja das ist halt wieder das problem mit der zielstrebigkeit aber an sich ist da echt schon viel da genau der ist drin weil er echt so wahnsinnig stark ist allerdings wird er sich nicht mehr so groß entwickeln ja kann man nicht davon ausgehen ja also glaube ich nicht dass das was wahrscheinlich können was ist noch drin ja aber könnte mir gut vorstellen bei einem schwächeren vereinen einer top liga oder so ja italien florenz oder was zum beispiel aber da ein stürmer braucht ja müsste man sich echt anschauen also wird wird interessant sein das auf jeden fall zu sehen dann hat er eine ausstiegsklausel 15 ok 15 millionen also ein bisschen zu viel um es zu versuchen finde ich ja naja die doch die fähigkeiten sind schon gut ja du findest nicht viele 19 jährige die solche fähigkeiten haben das stimmt schon muss halt dann eingehen dass der immer sehr viel stärker werden wird das ist interessant wenn ich überlege keine ahnung wenn es in so für acht bis zehn vielleicht kaufen kannst der spielt eine gute saison bei dir und du weißt er hat nicht gut und nicht die großartige zielstrebigkeit kann es echt schon aus dem teuer noch jung verkauft weiterverkauft ist eine möglichkeit auf jeden fall nur so eine kleine jetzt kommt einer meiner lieblingsspieler mit den besten vornamen überhaupt vittorio was was schon grandios ach das war so ein cooler spieler und das ist der cioquev riasco nicht ganz so cool aber ecuadorianer mal ein bisschen was exotisches der einzige wirklich exoter drin in der liste aber wahrscheinlich hat auch schon nette ansätze tage ja ist wahrscheinlich der beste exot den man findet im spiel also exot jetzt als ecuatorianer sage ich jetzt mal ja das nicht unbedingt die großen fußballnationen hat ja zielstrebigkeit ist neun was in ordnung ist steigt vielleicht noch ein bisschen süßes ja also kann man glaube ich schon mal machen der wird nicht so teuer sein ausstiegsklausel hat er keine aber bei 42.000 markt wird glaube ich echt nicht dass der die welt kostet er wird nicht so teuer sein das stimmt also sollte man sich vielleicht auch überlegen passen könnte auch nur ein bisschen besser sein natürlich ja sicher ich meine ja die die sachen sind eh wieder wurscht haben wir gesagt deckung ist eigentlich wurscht tackling ist wurscht ja stimmt weitschlüsse passen wir haben halt viele recht kleine stürmer jetzt auch kommt kann genau aber wie gesagt in einem zwei stürmer system habe ich gerne einen kleineren wendigeren ja aber der ist nicht so wendig das nur klar das stimmt er ist leider auch nicht so wendig aber ist auch kopfballstark ist so geil flache flanken ja ja wir haben noch einen spieler drin gehen über den wirst du was sagen können wenn du richtig schreibst dann schon ich kann halt echt nicht mehr tippen ja bildbar er ist verliehen ja ich mein mental super zielstimmigkeits da geht so das ist relativ ehrgeizig es ist halt auch wieder ein talent mit dem man unbedingt arbeiten muss wenn man bildbar ist oder dadurch dass man ja keine wirklichen transfers oder nicht viele transfers tätigen kann genau wenn man mit bildbar spielt da muss man mit dem arbeiten ganz klar ja und mit dem würde ich auch arbeiten würde ich nicht hergeben als bildbar absolut weil der kann sehr ordentliche stürmer werden für die erste liga hat auch schon debütiert für bildbar dann haben sie dann nun man sie ja verliehen und jetzt halt dann war ja du lieb sicherlich sicherlich die richtige idee weil mit den werten jetzt kann er in spanien bei bildbar nicht wirklich helfen zumindest nicht regelmäßig als stammspieler oder sonstwas genau nicht als stammspieler aber vor allem weil er heute hier vor sich hat sagt autoris ja klar und 35 oder 36 jährigen autoris kommt heute keiner vorbei von daher nächstes jahr dann genau wenn aber diesmal schluss macht dann habt ihr den in der hinterhand ja also für ein bild für das bildbar safe immer gut wenn ihr bildbar spielen solltet dann kommt ihr so und so nicht an dem vorbei ausstiegsklausel 9,7 ist aber auch nicht viel muss man ehrlich sagen das solltet man den vertrag verlängern durch würde ich sagen relativ zackig weil wenn der sagen wir bei weihard elite mit keine ahnung jetzt in die saison startet mit zehn treffern und fünf zehn spielern und fünf toren oder so dann ja was sein könnte dann ist halt bitter ja richtig wir sind durch matthias wow unfassbar viele viele talente wir wollten euch natürlich auch nicht die spaß am scouting nehmen das muss man auch dazu sagen gut aber wir haben gedacht wer sich die videos anschaut der weiß auf was er sich einlässt ja sowieso und ich muss sagen ich habe unglaublich viel spaß beim scouten bei mir ist es halt so und ich glaube ich spreche da auch für dich wir spielen eigentlich beide lieber mit so kleinen vereinen die sich keinen einzigen von den spielern leisten können so ist es und bis zum beispiel einmal so groß ist dass es sich so spiele leisten kann sind die schon 30 genau allerdings also ja ist aber es ist auf jeden fall eine interessante liste wir verlinken euch die wie gesagt darunter unter diesen drei videos sind die jeweiligen links dazu wo ihr dann selber nachschauen könnt also wir haben da wir werden da und wir haben kurz darüber kreiert ob man auch ist dazu schreiben aber es reicht ja wirklich wenn man den namen haben uns den verein oder auf jeden fall ja den rest könnt ihr sonst selbst rausfinden wie gesagt wir können nicht garantieren dass die gut funktionieren das sind jetzt einfach mal diese grundwerte die basis die da ist ja so ist es gut so ist es dann war es das oder ja passt dann sagen wir mal vielen dank an dich matthias und vielen dank an euch fürs einschalten schaut dann auf jeden fall vorbei bei den listen viel spaß damit und bis bald zu wie ich ja